Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bevorzuge Filterkaffee, kein Espresso- oder Milch-Mix-Getränke. Zumindest meistens. Und ich scherze, dass mich diese Präferenz nach sehr gutem, aber sehr simplem Kaffee finanziell stabil hält. Espressomaschinen und deren Zubehör, das wird sehr schnell sehr teuer. Mein Alltag, der beinhaltet drei unterschiedliche Arten der Kaffeezubereitung und natürlich entsprechende Software.